Du musst halt nochmal raufklicken, dass du auch auf die Kamera zugreifen kannst. Bisschen blödes. Ähm. Hallo. Am Kreis. Kommt rein mit euch. Schneller. Bewegung. Hopp hopp. Schneller. Da kommen sie jetzt alle angerast. Ach guck mal, und jetzt haut das schon ab. Und noch nicht alle drin. Ui. What the fuck? Wie das schwingt das Teil, ne? Oh lecker. Hehe. Da oben. Ui. Mit so einem Teil bin ich noch nie gefahren. Hehe. Das hab ich noch nie ausprobiert. Freefall Tower und so. Ja, kein Problem. Aber ich glaube auch dazu kam ich noch gar nicht so ein. Ui. Reicht. Das Riesenrad. Was hat die Fressboden? Können aber nochmal. Äh, wo war denn das Ding? War hier. Ja. Da. Ich seh grad, die Wege hier sind auch unterschiedlich versetzt gemacht. Egal. Egal. Hallo. Ach, da ist es. So würde das reichen, würde ich sagen. Und Pfeil wieder. Da. Den drehen wir mal. Wollen wir mal, ob wir ihn auf die gleiche Höhe kriegen. Ähm. Ja, ungefähr. Dann. Warum sind die Klo-Männchen dann nicht auf Kopf? Hehe. So. Das da ran. Wie viele Klo-Dinger haben wir eigentlich? Man müsste die Größe noch ändern können von den Teilen. Hab ich schon mal gesagt. Aber egal. Nee. Machen wir weg. So wie das. Eins reicht. Das große Ding reicht dafür. Später können wir die anderen noch ranklatschen hier an die Gebäude. Seins. Was haben wir denn da noch? Nix fürs Klo? Nix fürs Klo. Aha. Auch nicht schlecht. Hehe. Das Ding ist aber auch extrem klein. Hier können wir zum Beispiel... Keine Ahnung. Halt eigentlich... Wie ist das hier eigentlich? Ne, das geht so gar nicht. Gar keine Leute mehr. Irgendwie grad. Ja. Was wär dann? Wir würden das halt selbst so hoch setzen müssen. Das ist nur das. Was geht denn noch? SRG ist das hier. Was ist das? Am Kopf drin kannst du das leider nicht. Schade. Man kann das ja so machen. Zack. Ausgang. Bisschen doof geworden, ne? Aber komm, Leute. Na gut. Bewegen. Und das ist, äh, ja gut. Ist so gut. War immer noch blöd versetzt grad geworden. So. Die kannst du doch nochmal eins bewegen sich grad. Und kann man das auch hier? Das passt. Okay. Da wo sie reinfährt. Na klar doch. Ähm. Ist ein bisschen blöd gemacht. Bewegen. Das musst du. Sat. Sonst fliegt das außerhalb. Nicht so. Ich will keinen nicht zumachen. So. Und da noch. Passt das Ding denn hier hin? Ja. Kann ganz normal fahren dann noch. Okay. Das Ding noch zumachen. Fuck. Verkackt. Voll verkackt. Mal wieder. Das geht. Ja. Können wir auch da ran bauen, ne? Ein komisches kleines Gebäude ist das. Steakable. Mal drehen bitte. Können wir das so noch machen? Was ist bei der Ecke hier eigentlich? Sieht das überhaupt gut aus? Naja. Wenn ich das denn so mach. Hallo. Das hier hin? Nee. Das vielleicht hier hin? Sieht genauso kacke aus. Hm. Das wäre genauso scheiße. Toll. Können wir halt so machen. Ist aber auch irgendwie alles bar. Irgendwie. Keine Ahnung. Muss ich später nochmal schauen. Anfang des Gebäudes und aufhören. Ja, ja. So bin ich. Was ist eigentlich mit sowas hier? Das wäre dann so. Da wären wir hier noch. Sowas. Das sieht genauso kacke aus. Und sich das nicht richtig verbindet. Was ist denn das? Das ist sowas. Okay. Was haben wir hier denn noch? Vielleicht so eine Ecksäule. Passt gar nicht. Nee. Es geht noch nicht mal nach oben rauf. Hm. Ja, man könnte halt gar nichts. Man könnte die Plattform ein bisschen erweitern, ja. Und zwar Das passt natürlich nicht wie in der Bahn. Das sieht auch scheiße aus. Muss ich zugeben. Das sieht auch scheiße aus. Boah. Das ist ja echt ätzend. Wenn man nicht weiß, wie man das machen soll. So ein Flachdach noch raufhauen ist auch scheiße. Und es ist schon wieder dunkel, weil du auch nicht wirklich was sehen kannst. Bei. Okay. Okay. Hier genommen eben. Na ja. Und das für Dinge eigentlich. Zack. Aber mal weg damit. Können ja halt. Hm. Klack, 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 klack. Dann haben wir hier sowas. Oder? Wir machen so. Nicht das. Das wollte ich, ne? Ne, das war doch das hier. Aber die kannst du nicht ineinander klatschen. Sag ich ja. Okay. Hallo. Okay. Zack, 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 zack. Dann hast du sowas. Schon um einiges besser. Aber. Könnt ihr nochmal bewegen. Na gut. Würde aber scheiße aussehen dann wegen den Rand. Ich probiere mal was noch. Ne, das sieht genauso kacke aus. Können halt dann so machen. Aber das wäre dann nur auf der einen Stelle. Deswegen. Lassen wir das Ding da hin. Und ich sollte mal wieder langsamer machen. Die Wand da hin. Und das Ding da hin. Ups. Ups. Warte mal. Doch, sitzt da drauf. Ja gut. Ich dachte eben, das sitzt da gar nicht drauf. Mal drehen bitte. Klopp. Das Ding noch. Mal drehen. Zack. Okay. Ist das jetzt damit eigentlich? Passt das wieder ganz gut? Nein, natürlich nicht. Ich bin in der Größe. Da war das. Das ist generell ein bisschen scheiße. Ja, ja. Das können wir später nochmal schauen. Ich habe da jetzt gerade echt keine Idee zu. Wie wir das denn auch am besten machen können. Hier laufen auch kaum Leute hin jetzt. In einer Attraktion oder was? Die meisten sind hier bei den Freshstätten. Vielleicht auch wegen der Musik. Vielleicht auch deswegen. Wer weiß, wer weiß. Es ist aber die einzige Band. Ich will das Ding nicht im Boden versenken. Schwebt das? Nee, ich schwibb nicht. Okay. So. Jetzt wird da noch eins hin. Vielleicht ist das auch wegen der Musik. Umso mehr Musik da ist, umso eher laufen die Leute da auch hin. Wie ist es drehen, ne? Durch die Katastrophe. Noch. Aber wir haben gesehen, dass wir hier schon was bearbeitet hatten. Jetzt mal die ganzen Dinge hin. Dahin. Hier pflanzen wir auch nochmal eins hin. Und hier auch. Okay. Wir sind viel hingesetzt. Aber, na gut Leute, da würde ich es erstmal sagen. Werde ich hier die Aufnahme beenden. Bedanke mich für's zugucken. Und bis zum nächsten Mal bei Planet Coaster. Ciao, ciao. Bääää. See? Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020